Und währenddessen machen wir das schonmal weiter mit dem Batray Jetzt hat er es richtig gemacht. Sehr schön. Geht da gleich beruhigen. Ah, hier runter dann. Oh, ach, 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 ach... Hier hoch? Vielleicht prob ich so noch da hinten? Hm, 1000 Kill. Hm, ich kenne. Den Container da runter zu holen. Ja, ja. Ist nicht schwer. Ich will aber da hinten an meinen Loot. Das ist gerade die Herausforderung. Zurück gehen. Oh, das ist nicht. Ich lüge nicht, wie ich hier hole. Oh, Herr Prinz. Könnte das da oben sein? Ich lüge aber jetzt nichts anderes dort. Hm. Müssten ja eigentlich auch Schienen da sein. Wegweiler. Hm. Hm. Vielleicht kann etwas aufsteigen. Hm. Hm. Vielleicht kann es noch. Hey, du kannst mich weiter schieben. Weil ich wusste, musst du nicht anhalten. Wieso kann ich den nicht runterschießen? Oh, da hat man... Wieso kann ich das Teil nicht runterschießen? Hm. Hm. Wir sind im Auge bei. Da sehen die Steine fliegen raus und leicht weg. Okay. Ich weiß nicht, dass wir die Steine fliegen. Okay, doch. Okay. Muss ich noch ein bisschen weiter schieben. Jetzt geh mal mit deinem Hintern weg. Dann muss ich noch ein bisschen weiter schieben. Jetzt geh mal mit deinem Hintern weg. WoARA. Woher ist die Steine fliegen? Ich weiß nicht, dass du die Steine fliegen ist. Auf die Steine fliege! Und wenn es sich dann besser bei der Steine fliegen, auf die Steine fliegen ist. Auf die Steine fliegen! Dann roll es sich aus. Obwohl wir das Ding auch nicht runterschießen können. Guck mal, das sind diese geil geilen Leute. Können wir das Ding jetzt runterschießen? Oder da durch? Und dann machen die das Türchen auf. Na, die machen das Türchen natürlich auf. Da ist ein Hebel. Zieht ran. Hier ja Gewitter. Uh, sehr schön. Da nix weiter. Da nix weiter. Dum dum dum. Dum 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 dum. Was so? Willst du was unter Natur gefolgen? Eine, die wir geweckt haben. Zeit für eine gute Nachtgeschichte. Vom alten Papa Barrett. Bär. Schwach und erdeckt. Atsch. Der ist ja maximal böse. Oh, er ist... Was ist noch? Da bist du den getorn? Guck mal. Die Ungarn Das tut weh! Ist er jetzt richtig angepieselt? Hättest du bitte von mir weggehen? Der will definitiv was von mir, aber ich weiß nicht warum. Was habe ich dem denn getan? Oh mein Gott! Aber da ist er, er ist gut stein! achi Hei Müller! Da holen wir aber mal schnell ein Rotkunk, ein C für Parrot. Der schummelt, der hat jetzt zwei Arme. jetzt kann ich richtig beschwören schokobo und mokri ja pick ihn Und jetzt müssen wir noch einen Rang reinziehen, aber ich sehe da nicht. Und vorhin ordentlicher Tritt. Ich glaube, die Bombe hat er nicht toll gefunden. Oh, ein Limiter. Oh, was willst du eigentlich von mir? Weiß ich, der steht hier immer noch. Ich wollte mir gerade auch nur die Heilung reinziehen. Oh ja, diesmal hat es gekippt. Tschüssi Brudi, schön, dass du da eingestellt hast. Wie geht's dir? Ich sehe hier gerade so wenig. Oh ja, ich habe mir das Gefühl, dass Barrett gleich drauf gehen wird. Oh, Blitz scheint sehr gut zu sein. Oh, warte mal, Limiter. Oh, gut so. Oh, meine einzige. Was ist denn diese Attacken, die machen einen fähig? Oh. 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 Was ist denn? Also sehe ich das nicht. Okay. Ich, jetzt Erdbeben. Erdbeben ist immer doof. Erdbeben tut weh. Nein, ich will nicht den kopf, ich will diesen scheiß bohra analysieren, mannnnnn Verpackt die Richter, du willst doch schon fast hin Bitte Altaaa Was ist denn das für ein Vieh ey Nein, was soll denn aus Marlene werden? Ah, Leute, ich weiß echt nicht weiter Zurück komme ich leider nicht, wegen dem Weg Das wäre eine Idee, auf die anderen zugreifen Nein, nicht Synthese Ah, warte mal Synthese, dann könnte ich doch Kann ich da irgendwas herstellen? Jaaa Guck mal Was sieht denn auch nochmal nebenbei auf? Vertrag wäre echt toll, aber das kriege ich irgendwie nicht, weil ich nicht artig genug bin Naja, du bist gut, klappt noch Na, da nochmal ein bisschen So, Ausrüstung Ja, ich kann auf sie zugreifen Äh Analyse wäre vielleicht nicht so ganz verkehrt, damit ich gucken könnte Ähm Tja Ja, 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 wechseln kann ich ja dann noch Ähm Okay Geht nach Behebung von Kampf und Fähigkeit die Recherleiste anbieten Guck mal, das wäre gar nicht verkehrt So, ähm Das ist hier drin Äh, das mit dem Eingabefenster, das bringt mir jetzt gerade nicht viel Ich krieg's nämlich jetzt von mir erstmal die Analyse rein Sooo Barrett Barrett, Barrett, Barrett Mach ich nur mit dir Magische Attacke Okay, hört die Magische Attacke Na, das wäre nicht verkehrt Ja, Stoß Mit Vollstoß auf, wenn ein Gegner in der Schockzustand Naja Ich werfe einfach meine Community gegen den Gegner Ich werfe einfach meine Community gegen den Gegner Ich würde euch da drum kümmern Ich halte dann davon Gut oder Nicht so gut Äh Du bist doch voll brav Lieb und anständig, aber nicht beliebt mein Freund Ja Ja Dioskuchen Mir fehlt definitiv der Köder Los Rein da mit dir Ah Heilen kann ich nicht in der Zeit gebrauchen Äh Alles andere bringt ja nichts gegen ihn Ich hab hier jetzt Dings, äh Analyse Schauen wir mal Und wenn wir dann wieder drauf gehen Was wir definitiv werden Ähm Da sind wir wenigstens ein bisschen genauer Danach ist mir scheißegal, gehe ich level So, Fertigkeit Analyse Analyse Ja genau, gib mir eine Analyse von seinem dämlichen hässlichen Kopf Ah Feuer Und Eis Direkt angriffe Schockzustand Resistenz Aha Das ist eigentlich nur wirklich mit meinen Jeevan Mit physischen Angriffen kannst du ja gar nicht machen Aber alles andere Ist ja auch noch immun 24 Stunden stimmt Ne, nicht so wie der Tag heute verlaufen ist Definitiv nicht Was ich aber krass finde ist, dass ich nicht seinen körper direkt angreifen kann Ähm, mit der Magie Nullkörperteile Erst wenn der Kopf weg ist, kann ich eigentlich seinen körper angreifen Das ist die Gelegenheit zum Angriff Was ist denn für eine Attacke von mir? Was ist denn für eine Attacke von mir? Was ist denn für eine Attacke von mir? So ist das also Dann nochmal von neuem auf den Schwachpunkt Wann jetzt aber auch mal ziemlich schnell in den Schub zu stellen Ich muss sagen, ich komme gerade mit, äh, Reds extrem nicht klar Jetzt gehts runter Jetzt gehts runter Jetzt gehts runter Jetzt machte er den letzten Mal mit dem Kumpel an Ja, den Scheißhammer Ne, Digga, diesmal weit genug weg Ich bitte dich, erhöre dich Oh Oh Piss Oh Oh Piss 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 ? ? ? ? ? ? ? ? gently ich will hier weg jetzt meine mutter voll wäre jetzt fängt er an zu schummeln ich habe uns die hälfte glaube ich gerade runter geklopft also hälfte schatz oh der arm ist weg oh cool naja bis er sich komplett wieder geheilt hat in seinem komischen reparatur fucking tricks modus die mutter würde ich mir eigentlich jetzt hat er die geschlüsselt aus dem pfiffen aufgemacht los los den nehmen wir auseinander der rücker ist schon mal im arsch oh nein nicht der Natspielhanger aah fuck der alleine schaffe ich das nicht los den arsch muss durchhalten doch der kann sich regenerieren jetzt jeder klein durchkommt doch kann ich stehen Hier Dünnlaser! Oh nein, nicht der. Ah nein. Ist das jetzt fertig mit dem Klopfen? Ich muss mich mal aufladen. Nein. Gegenstand. Bin bei dir. Auf Onkel Barrett ist verlass. Du schweißt mich an der Hand. Wir müssen ihm zuvorkommen, sonst ist es vorbei. In Stücke! Was ist das? Fuck! Ich glaube, es war sein bester Arm. Ja, und sein Kopf gleichzeitig. Schockzustand. Und Limiter. Das tat richtig weh. Ja, es ist nicht mehr viel. Es ist nur sein Rücken. Der noch da gerade da ist. Und sein Kopf. Sehr gut. Wie bist du immer heiß so schnell? Oder schon? Nö! Nicht daneben schießen! Leck mich am Arsch! Eine Treppe aus Mithril, hm? Welch eine Ehre! Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.